Du Arniss. Den Messerator. Kann er doch einen Stack Cobblestone mal reinschmeißen. Ach ne, der macht ja gerade Kohle. Ich bin so blöd, ey. Können wir schlafen gehen? Nö. Okay, wir gehen schlafen. Liegt schon. Super. Es geht wegen dem Monster, wenn ich vom Craftman bin. Oh. Ja, bei dir wär schlimm ein Creeper. Schält dich aber auch immer an. Ja, ich weiß. Das tu ich wohl. Bei mir sind irgendwie kaum welche. Ja, das finde ich eigentlich schade. Ach, da hinten. Da hinten sind welche. Feuer frei. Oh, jetzt treffe ich den Zombie auch nicht. Der brennt gerade. Getroffen. Ach, Circus. Das krieg ich wenigstens noch EP davon. Na, kurz vorerst noch mal töten. Und Creeper sterb. Wo viel bräuchte denn davon? Ein Schuss und gleich gekillt. Zwei dafür. Zweitwahn. Schieß mal die kleinen Vögel ab. Pass auf, die Vögel, die hacken dich gleich kaputt. Ha, getroffen. Hehehehe. Siehst du noch das Feuer fliegen? Oh, warum ist das immer so teuer? Weiß er nicht. Obwohl, das ist eigentlich egal, ob du jetzt einen Maschinenblock nimmst oder einen Iron Fönnis und drei Refined Iron. Das ist... Mh. Maschinenblock war ja Refined Iron, ne? Ja, das ist eigentlich das gleiche. Ich meine. Das ist hier voll. Ja. Weil der Iron Fönnis braucht ja auch 5 Eisen extra. Ja, weil der Eisen Fönnis, da kannst du einen normalen Koppelstern nehmen. Und das Eisen, das ist trotzdem noch ein bisschen billiger. Vor der Herstellung hier auch. Mh. Nee, 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 nee. Guck mal, der Maschinenblock hat 8 Refined Eisen, ne? Ja. So, und wenn du aber den Iron Fönnis aus 5 machst und den normalen Ofen und die 3 Refined Eisen rechnest, hast du auch 8. Ja, aber trotzdem brauchst du den nicht aus dem 5 daraus Refined machen. Da ist auch recht. Energiesparung ist das. Ah, das... Ah, okay. Okay. Aber ist wirklich so, man kann sagen, da kann man die Energie mitsparen. Ja, aber... Ach, jau. Wer spart denn heutzutage noch Energie? Ich nicht. Siehst du? Du etwa? Nö. Den ganzen Tag sein PC am Laufen hat, ist auch was anderes, ne? Mh. Da soll ich mal nix für. Generator. So, Kompressor arbeitet auch schon mal ein. Ein Ding arbeitet der Kompressor. Ach so, du hast ja so viel schon, ne? Mh, weil du so lange brauchst zum Fertigmachen. 43 Kohldast. Ach komm, weißt du was? Ich mach mir Overclock Upgrade. Na, brauche ich noch nicht. Einen kann... Einen kann ich mir machen. Das reicht. Obwohl... So. Ich mache schon viel zu viel Arbeit. Ja, deswegen ja. Kostet auch wieder zu viel. Also brauchst du da, glaube ich, einen Kompressor für. Nein. Sicher? Ja, sicher. Ja, sicher. Weil da muss ich das denn noch mal reinpacken. Hm. Wauw, ach, die muss ich noch mal reinpacken, okay? So. Ähm, zack. 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 Ich brauche denn davon? Keine Ahnung. Oh. Tü, dü, dü. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. die muss ich zu den bällen machen richtig das sind acht das passt das passt natürlich falsch um die zeit nein ich brauche ein iridium ich schalte gerade am video für das eine peck solarpanel normales habe ich schon egal ob ich die denn jetzt hin ich glaube die habe ich ja mit reingeschmissen oder da nein da hier der kann doch nicht so teuer sein habe ich die zeit sind reingeschmissen der ist nicht so teuer sage ich doch was ich mache mir jetzt ein fertig da kann man das auch alles automatisch machen deswegen ja da sind sie jetzt ok 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 die brauche ich probiere mal was auf die haben wir das mit kleinen wasser fütter auch schade kann man kein wasser aufholen das ist ihnen weiß ich nicht was das für quellen sind ziemlich komisch und wasser fitzen die aber auch irgendwie nicht mehr funktionieren und keine ahnung das sind wahrscheinlich einfach nur so ganz normale wasser gemacht so zwölf stück jetzt wollen noch mal ein bisschen wovon ich auch ganz schön viel habe von dem 10 wir brauchen denn davon 24 das war selber scheiße voll gleich aus 10 und selber sieht halbwegs gleich aus ja genau wie bronze und kupfer das ist auch das problem ist wenn das sind zwei verschiedene die schule hat muss ich denn hier mitmachen kompress achso ok kompress balls zack da rein schon gut wenn man kohle das hat ne ich muss da wieder ein bisschen reinwerfen machte jetzt erstmal paar stecks von da oben fliegt ein geier von unten sieht man seine turnschuhe alles klar flash du hast wieder was anderes gedacht das war mir klar ne habe ich nicht da oben fliegt ein geier und von unten sieht man seine turnschuhe was unterstellst du mir eigentlich ich wäre ja so nett ich weiß was hast du ein solarpanel ne ich habe gar kein solarpanel ja ich weiß jetzt nicht wie viel gleich die geothermal generator zieht wenn ich den an den messverweck hätte anschließe werden wir sehen ja werden wir sehen wir kurz sagen das mache ich nämlich dann dafür overclock upgrades halbier stück hergestellt und pro ofen kommt das mal nur einer rein ach so hast du schon lektik offen oder dort nein ich habe gar keinen normalen ofen ich habe doch messer wieder auch schon im messverweck habe ich gleich zwei stück rein geht schneller ja weil du ofen gesagt hast du brauchst tust in die ofen die messverweck rein achte den overclocker rein ja ich weiß nicht doch na komm schon na komm schon lass mich doch auch scheiße labern wie du immer nein das ist mein job so komm in den messverweck nach in den recycel gleich noch mal ein bisschen rupfer ach komm ich klaue aus den kompressor den anderen noch ein und macht ihn noch in den messer weiter ja schneller wie wir das so habe ich mir vor schnell ist er gestellt ehrlich und in zwei jahren für braucht man da ok und was kostet das hier ok das kostet ja gar nichts hier alles ach ja ich brauche ja sowieso trotzdem noch eine rechte normaler elektrik fern ist zack zack nach kann ja herstellen von einfach dass er noch etwa ins elektrische engines aber kabel bräuch noch ein bisschen normal reichen wieder ach das war nicht das geilste wo habe ich den eisen drin da wo habe ich den messverweck hat drinnen so ein ofen machen durch jetzt mal hier dran pappen guck mal was er macht das hat er sich schon mal erb messverweck hätte gemeint ich glaub's ja nicht doch aber null prozent ich muss halt dass wir ausschauen ja genau auch der braucht tausend oder zehntausend englisch war okay ein prozent hat er ein ja die muss ich durchlaufen lassen also dass der ordentlich läuft ich weiß wo die geothermal das spinnt nur ein geothermal rum gerade elektrik fern ist jetzt brauche ich dann nur noch noch mehr für advanced maschinenblock aber da stelle ich mir gerade ein bisschen mehr helfen dass ich mir ein paar mehr machen kann ich brauche die dinger dann einfach nur noch mal abbauen und dann kann ich wieder hinsetzen deswegen was ist das gute wenn man ja um die mensch hat ich will hoffen das mess für die keller halt wenn ich wieder umsetzen will das ist auch immer die sache das kann ja das mit einer glücksspitze geht ob man mit touch was wenn die sachen abbaust ich weiß nicht nicht ich glaube nicht sollte man ganz vorsichtig ausprobieren wo ich habe gleich fünf carbon blades die vier habe ich schon verbraucht und pro zwei braucht man ja immer zwei stück richtig nur ein brauche ich dann noch dann kann ich mir drei stück herstellen was hast denn vor kompressor zu erweitern messe weiter zu erweitern und den elektrik fern ist erweitern ach du willst voto wie machen da war ja da reicht deine energie noch nicht aus ist mir egal er bringt doch noch nichts ich würde erstmal das klein lassen dass mich doch ja sage ich gerade auch mit dem mess für bekehrt aber wie geht es darum dass ich das solarpanel mache ja aber so kann ich trotzdem schon ein bisschen schneller kohle das test stellen auch na gut klar klar ich kann schon mal ein bisschen kohle nachfüllen mach ruhig mach ruhig mach ruhig hier habe ich wahrscheinlich noch kohle drin liegen nicht da aber da hat dann hat er über noch kohle verstreut sogar doch auch das ist auch noch mal reiner mit dennoch gegen warte mal da pipes doch da ist so aufbauen mit gar keine käme raus und dann tue ich doch mal vier stück rein so ich habe vier augenlücker ja ich glaube fünf kannst du machen dann läuft das mit normaler energie noch ja ich glaube ab 6 jahre zu viel zu viel hatte ich dem wohl ich habe ich habe ja zwei messer weg da drin stehen zwei thema generator man nicht das jetzt schon wieder dunkel ist wieder schlafen ja könnten wir außer du willst nicht ist das jetzt gerade schon okay das ist gut es ist ein bisschen besser wegen den monstern ja und sorry das ist ein bisschen viel gekauft jetzt für euch aber das muss sein das gehört ja dazu ja war dann sonst beschweren sich auch du baust wieder zu viel weißt du da gucken sie nicht und dann hast du zu viel technik dann beschweren sich auch wir sind am schieten und warum wir die ganzen sachen ja ich wollte dass die meisten sachen eigentlich schon wohl nicht in der aufnahme machen aber habe ich ihn doch gelassen weil überlegt mir wie viele ressourcen ich habe und dann seht ihr auch so dass ich das alles gemacht habe dauert ein bisschen länger aber ich mache das schon mit dem recycler automatisch hier ich lasse das gerade schon automatisch laufen hier oben trichter drauf gesetzt nur gleich noch mal eine goldene truhe oder sowas oder diamant nachher er muss ja laufen hier muss laufen für den anfang vielleicht ja ein geschenk für dich ich stehe gerade bei dir bitteschön alter wo ist der weiß ich nicht das war boss skelett woher wusstest dass es ein boss wird keine ahnung ich habe einfach nur gespawnt ich habe auch gerade gesehen dass das ein boss war ja aber der hat sich irgendwo hingepawntet gott sei Dank hat er mein schwert nicht mitgenommen ich freue mich was geht jetzt ab hier boah bin ich gemein ne nein oh ich habe gar keine cobblestone mehr cool das freut mich dass ich nicht gemein bin naja ach das war jetzt ein bisschen troll ne ja das können wir ruhig noch machen das ist ja normal bei uns das geht ja noch so und gleich habe ich sechs von den carbon blades gleich hast du wieder gecheatet na du mich auch meine güte schon mal im wecker geguckt guck gerade so schon wieder so lange ja jaa etwas lange wieder heute die stunde haben wir jetzt schon wieder ja stunde 15 glaube ich ne mixed in good achja das geile ist ich hab doch bronze schon warum das denn wollte außerdem was zusammengeschmolzen hab achja da war ja was ich hab doch 25 blöcke davon ja guck ich glaube vier blöcke reichen aber weil du ja dein zinn und dein kupfer gleichzeitig reingeschmissen hast da war ja was genau da war ja was wenn man mal das silva das tin das stahl stahl habe ich auch zwei stück ein stahl brauchst du für die tanks ich hab hier noch ganz viel tinten ach komm ich schmelz mal als nächstes ten in dem ding ich habe ja alles fertig schon ich habe nicht alles fertig ne schon fertig gemacht jetzt gerade mein cobblestone vorstand in seiner kiste um weil der recycler der muss ja laufen cool sechs stück cool sechs stück nein ja aber ich kenne euch ja ihr macht ja sowieso nicht neuer wozu energie energie oh meine biene habe ich gar nicht aufgepasst nein habe ich schon mal ich habe schon wieder viel zu viel scheiße in meinem inventar ja ich habe gerade alles weggeleert das gold noch drin misst ach obwohl das ist copper das ding kann ich einmal abbauen ich habe so viel copper schon und baue ich das ding einmal ab und setze das wieder hin naja jetzt kannst du mehr ausgussbecken da machen mehr becken ja könnt ihr aber keine lust so hab schon abgebaut do you matter is so matter sag tin tin rein da mach mit tin rein wenn du cobblestone weg haben willst ne übernehme ich gerne nö die brauche ich selber für was hallo ich weiß ja nicht donk